Das ist jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer ist die Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Scheiße. Nee, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich so bravo. Bravo. Wie bist du mit mir? Du hast mich ins offene Messer laufen lassen. Echt? Habt ihr vorhin Telefon... War sie das gerade eben? Wie lange weißt du schon von uns? Von wem? Von Charlotte und mir. Ach, so heißt deine Tussi. Charlotte. 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 Charlotte Duval. Du hast es nicht. Grüne Auden. Ja. Spielt Kabarett. Du wohnt in Kreuzberg, in Bergmannstraße. Und hat dein Tattoo genau hier. Ich spiel kein Spiel. Das ist meine Charlotte. Du riechst nach ihr. Das hätte ich gleich kapieren müssen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017